Guck mal, andererseits schmeichelt es mir, wenn Leute schon direkt im Vorfeld anfangen rumzuheulen und rumzuflannen und mein Produkt versuchen schlecht zu machen, weil ich merke, dass ich in ihrem Leben so eine Relevanz habe, dass sie über ein Produkt sich den Kopf zerbrechen, das noch nicht mal rausgekommen ist, aber am Ende weiß ich ganz genau, auch wenn sie schreiben, sie werden es nicht kaufen, sie werden es kaufen und sie werden es probieren. Und solche Leute, wie so Flitzpiepen auf Twitter, die sich Knocker nennen, die meinen Namen kritisieren und sagen, das sind Sch***name, sich aber selber Knocker nennen, wo man beim Aussprechen schon fast einen Sprachfehler bekommt, ey Digga, solche Leute kann ich überhaupt nicht ernst nehmen, solche Leute kann ich überhaupt nicht ernst nehmen, wisst ihr, was ich mit solchen Leuten mache? Die banne ich einfach weg. Es ist das eine, wenn der schreibt, oh den Namen finde ich jetzt nicht so cool, aber Kommentare zu liken, wo man beleidigt wird oder selber zu schreiben, jeder der es trinkt ist ein Huren, so mäßig, ja dann nenn dich halt weiter Knocker, probier mal ein bisschen deine Streams, wäre sowieso nichts und gut ist Digga, ich blockiere dich einfach und dann atmest du mir nicht mehr meine Luft weg, raus aus meinem Leben und gut ist. Und am Ende des Tages weiß ich so oder so, er wird es probieren Digga, ich weiß es, ich weiß es Digga, ich weiß, er wird es probieren. Und wenn er es sich nicht kauft, seine Mama kauft sich bestimmt Gönnergy Digga, weil sie will sich endlich mal was gönnen. Ihr wisst, ich bin ein bisschen erwachsener geworden und natürlich, nachdem ich gerade einen Mutterspruch gedroppt habe, das zu sagen ist vielleicht ein bisschen, aber das eine ist Kritik zu äußern, das andere ist stumpf zu haten für Reichweite. Und Leute, die stumpf haten für Reichweite, beleidigende Inhalte unterstützen oder selber verfassen, für die gibt es nur eins, einen Direktflug nach Malta mit dem Privatjet, von mir persönlich. Und da kommt mir auch nicht mit Meinungsfreiheit, Kritik unfähig, wenn ich bei Twitter irgendwo lese oder auf anderen Plattformen, yo Digi feiere ich nicht, Name ist jetzt nicht so meins, okay cool, kein Problem, ist seine Meinung, ist okay, Meinungsfreiheit, alles cool Digga. Aber dann zum Beispiel zu schreiben, sowas wie, wird sowieso Sch*** schmecken und andere beleidigende Inhalte, das hat nichts mit Meinung zu tun, das hat auch nichts mit Kritik zu tun. Das sind neidische Kommentare von Leuten, die in dem Leben selber nichts hinbekommen haben und auch nichts hinbekommen werden und mit diesem Hate und mit dieser Beleidigung und mit dieser aus ihrer Sicht Kritik, was es nicht ist, von sich selber, für sich selber abzulenken, um mit dem eigenen Versagen im Leben besser klar zu kommen. Und dann gibt es da halt irgendwelche Kollegen wie Knocker, die meinen Namen kritisieren, Gönner, die sich selber Knocker nennen, Digga, die tun immer einen auf Korrekt oder auf Ehrenmann, ich hab mit denen auch mal privat ein bisschen geschrieben, Digga, und schreiben dann, ich bin doch kein H*** Sohn. Wer das trinkt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das trinkt oder bei dem Namen werde ich das nicht trinken, ich bin doch kein H*** Sohn. Das müsst ihr euch einfach vorstellen, Digga, der sitzt da mit voller Überzeugung, Digga, folgt mir, ist Supporter vom Ding her und schreibt so einen Text, nur für Likes, nur für Likes auf Twitter, Digga. Das ist so armselig. Anstatt einfach zu mir vielleicht, er hat ja mit mir auch schon mal Privatkontakt gehabt, also wir haben ja schon mal geschrieben auf Korrekt, anstatt mir einfach vielleicht auf Korrekt zu schreiben, Digga, ich antworte bei Twitter, kein Problem, ihr wisst das. Mir zu schreiben, ey Diggi, Namen fühle ich nicht so, aber wenn du mal Lust hast oder so, kannst du mir mal drei Dosen rüberschicken. Ey Bruder, tamam. Der Zug ist abgefahren, für solche Menschen ist der Zug abgefahren, Bruder. Der Neid ist einfach zu spüren und wie gesagt, man sollte definieren können, differenzieren können, zwischen sachlicher, gerechtfertigter Kritik und purem Neid und Hass.